Guten Tag, hielt heute ein Konzert in München Band 5 Ganger. Sie waren mit ihrem Song erreichte die Top Parapapapa, die derzeit den ersten Platz in der Liste von 100 nach oben nach oben. Das sind große Jungs aus IK 2 Klasse. Kenans Majek, Mehmet Houtik, Aladin Kesetzig, Namin Muhedinovig und Semyon Omanovic. Nach nur einem Tag wurden sie beliebt und begann die Aufnahme eines neuen Videos mit dem Titel Tunak Tunak Tun. Wir wünschen Ihnen viel Glück und Freude.Jungs einfach weiter. Viel Glück.